Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele von euch haben sich meine Nagelroutine gewünscht, nachdem ich euch immer wieder mal ein Bild bei Instagram poste von einem neuen Nagellack, wie er bei mir aufgetragen aussieht. Und ja, ich habe mir gedacht, warum soll ich dieses Video machen? Ich habe ja eine Gelschicht über meine Nägel und ja, daraufhin haben aber wirklich viele gesagt, Mensch, zeig uns das doch mal, mach mal ein Video drüber und deswegen komme ich heute eurem Wunsch sehr, sehr gerne nach. Ich erzähle euch ein bisschen was, erzähle euch über die Produkte, die ich verwende und zeige euch quasi in Nahaufnahme, wie ich meinen Nagellack zum Beispiel auftrage. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Ja, meine Lieben, also, zu meinen Nägeln ist zu sagen, dass viele von euch wissen, dass ich das AnyLED-Gel ausprobiert habe. Das hat leider meine Nägel wirklich komplett ruiniert. Ich muss euch sagen, dass ich wirklich, ja, robuste Nägel habe und ich kann alles Mögliche mit ihnen machen. Ich hatte eine schöne Länge und habe mir aber gedacht, Mensch, ich möchte sie ein bisschen verstärken und vielleicht auch meine Länge mal halten und versuche einfach mal das AnyLED. Ihr wisst, dass ich ehrlich mit euch bin und vielleicht könnt ihr euch noch an den Haul erinnern, bei dem ich euch die Dinge gezeigt habe, die ich eben, ja, bestellt hatte. Ich hatte mir diese LED-Lampe bestellt und diese ganzen Any, ja, Sachen wie Lacke und so weiter, was man alles dazu benötigt. Und habe euch gesagt, ich werde euch meine ehrliche Meinung dazu sagen. Das mache ich hiermit. Also, wie gesagt, ich war super unzufrieden, ich war sogar stinkensauer, dass dieses Zeug meine Nägel so derartig ruiniert hat. Sie waren super brüchig, sie sind mir bis ans Nagelbett eingerissen. So etwas hatte ich noch nie, noch nie. Ich habe wirklich normalerweise schöne Nägel. Ja, aber ich wollte einfach, ja, ich wollte wahrscheinlich zu viel des Guten. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber es war also auf jeden Fall nichts für mich. Ich habe es dann weg und habe dann wirklich lange meine Nägel gepflegt. Ich habe viele Revalde-Loup-Dinge probiert, ja, die ich mir einfach gekauft hatte. Ich war ja mit dem Problem eigentlich soweit noch nie konfrontiert. Ich bin dann in Rossmann gegangen und habe mir einige Revalde-Loup-Produkte zugelegt, mit denen ich dann meine Nägel gepflegt habe. Und ich muss euch sagen, meine Nägel wurden immer schöner. Ich habe das abends immer auf dem Sofa gemacht, wenn ich irgendeinen Film geschaut habe. Ich habe mir das einfach drauf gemacht, zum Beispiel einen Rillenfüller oder dieses Öl. Dann habe ich mir das immer aufgetragen und habe es ja einfach eben gepflegt und habe Geduld gehabt. Und auf einmal wurden meine Nägel wieder schön, sie wurden kräftiger. Ja, dann hatte ich sie eine Zeit lang so. Das war ja dann ungefähr April, Mai. Ja, und dann fing natürlich die schöne Jahreszeit an. Die Sonne kommt raus und man will knalligen Nagellack und man will schöne Nägel haben. Und deswegen habe ich es wieder gewagt, ins Nagelstudio zu gehen. Ich habe natürlich dann schon eine gewisse Länge gehabt. Und ja, sie hat mir dann einfach eine Gelschicht drauf gemacht, sodass der Nagel gestärkt wird und so bleibt. Also, dass er seine Länge behält und dass er nicht bricht. Das kann man natürlich jetzt gut reden oder nicht. Also, jedes Mal, wenn sie mir es runterfällt, sehe ich schon meinen Nagel und ich sehe auch, dass er gesund ist. Gott sei Dank. Wenn es nicht so wäre, würde ich damit wieder aufhören. Aber natürlich ist es nicht das Beste für den Nagel. Also, soviel nur mal dazu. Ich möchte das gar nicht so schön reden. Ich mache es halt, weil es für mich angenehmer ist. Ich muss dann nicht ständig neuen Nagellack drauf machen, beziehungsweise, ja, feilen und so weiter. Die Zeit habe ich nicht. Ich nehme mir die Dreiviertelstunde fürs Nagelstudio. Sie füllt mir das auf. Das ist übrigens eine Freundin von mir. Die ist dort eine Angestellte. Also, sie arbeitet nur dort sozusagen und sie würde mir das schon auch sagen, wenn mein Nagel kaputt wäre. Also, ich habe auch nicht zig Produkte. Die hatte ich mir jetzt im Laufe der Zeit alle mal so angesammelt. Aber es ist nicht so, dass ich für meine Nagelroutine da irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde jedes Mal brauche. Nein, ganz im Gegenteil. Also, ich pinsel mir den Nageljagd drauf. Das dauert fünf Minuten. Mache meinen Spray drauf und dann ist gut. Also, das dauert bei mir nicht lange. Ihr seht auch schon, dass meine Nagelhaut wirklich super gesund ist. Also, ich muss da nicht mit diesem Nagelhautschneider dran gehen. Ich brauche keine Rosenholzstäbchen, mit denen ich das dann zurückschiebe, die Nagelhaut. Also, das brauche ich alles nicht. Das Einzige, was ich mache, dass ich mir meine Hände eincreme. Da benutze ich ja im Moment diese tolle Handcreme, diesen Handballen von Essence. Der super gut riecht. Da habe ich euch auch schon ein Bild bei Instagram gepostet. Ich liebe es. Die sind allerdings nur von Oktober bis Dezember erhältlich. Also, das ist eine LE. Aber ich bin total verliebt in diese LE. Da werde ich mir auf jeden Fall noch Backups sichern. Und ja, ansonsten blende ich euch jetzt am besten mal ein, wie ich meinen Nagellack auftrage und erzähle euch noch ein bisschen was dazu. Also, so sehen jetzt meine Nägel mal im Ganzen aus für euch. In Nahaufnahme. Ja, Natur ohne Nagellack. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, meine Nagelhaut ist wirklich gesund. Also, da ist gar nichts dran. Und was mir halt super gut gefällt, ist, dass ihr wirklich nur eine dünne Schicht drauf macht, sodass man da kaum was erkennen kann, dass eben eine Gelschicht drauf ist. Das mag ich eben sehr gerne. Und zu meiner Nagelhaut, da habe ich jetzt gleich nochmal einen Tipp für euch. Da bin ich nämlich super mit zufrieden mit einem Produkt. Und da kommen wir jetzt am besten mal dazu. Und zwar ist das hier mein absolutes Wunderprodukt von Reval de Loup. Es ist für die Nagelhaut. Und es ist eine Creme, die hat so einen Orchideen-Duft. Und ja, es ist eine Intensivkur. Da ist Aloe Vera drin. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das auftrage. Das ist nämlich ganz wichtig. Und das ist eben mein Trick dabei. So, wie ihr jetzt hier gut erkennen könnt, die Tube, die hat so einen angeschrägten Ansatz. Und ich mache es jetzt einfach so. Ich trage mir hier Produkt auf. Das mache ich immer abends, wenn ich auf der Couch sitze und Fernsehen schaue. Oder bevor ich ins Bett gehe zum Beispiel. Damit es richtig schön einwirken kann. Ja, also ich mache mir hier einen Klecks drauf. Und verteile es großzügig. Und ich schaue, dass ich hier die Seiten auch mit eincreme. Und dass dann aber Produkt hier zwischendrin bleibt. Also ihr könnt es ja gut erkennen. Hier bleibt dann das Produkt. Und ja, das wirkt dann sozusagen über Nacht ein. Oder jetzt, wie gesagt, abends. Also tagsüber kann ich das jetzt natürlich nicht machen. Weil ich halt wahnsinnig viel spüle oder im Garten eben arbeite. Oder putze und so weiter. Da geht es natürlich nicht. Aber abends ist es wirklich eine wunderbare Kur. Und es hilft tatsächlich. Also wie gesagt, meine Nagelhaut ist dadurch wirklich sehr gesund geworden. Beziehungsweise bleibt gesund. Und ihr könnt es ja sehen. Ihr macht euch da, wie gesagt, großzügig Produkt drauf. Das war jetzt ein bisschen viel. Aber da gehe ich dann einfach, wie gesagt, an den anderen Nagel. So sieht es dann jetzt aus. Ich habe mir die Creme überall aufgetragen. Und lasse die jetzt dann eben einwirken. Eben vorm Fernseher oder über Nacht. Und das wirkt wirklich wunder. Also ich bin super begeistert von dieser Creme. Wenn ich dann meine Nägel lackieren möchte, ist es mein erster Schritt, dass ich dieses Produkt hier verwende. Und zwar ist es von Essence. Und es dient einfach dazu, dass es die Rückstände vom Nagel nochmal abnimmt. Ja, und jetzt geht es ans Lackieren. Und jeder, der schon länger meine Videos schaut, weiß, dass ich eine absolute Nagellack-Queen bin. Ich liebe es, neue Farben auszutesten. Tolle Effekte einfach zu haben. Und ich habe eine Internetseite gefunden. Die nennt sich glamstripes.com. Die hat so tolle Nagellacke. Mit super Effekten. Also unter anderem. Die verkaufen auch noch andere Sachen. Den Link kann ich euch sehr gerne mal unten in die Infobox setzen. Schaut da mal vorbei. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie die aufgetragen aussehen. Denn es ist ein absoluter Wahnsinn. Ein super Geschenktipp für euch an dieser Stelle. Denn es ist ja bald Weihnachten. Und ich habe mir, ja, so einen Silberton bestellt. Den finde ich ist, ja, super geeignet. Für Silvester zum Beispiel. Dann habe ich zwei lila Töne. Einen so ein bisschen metallischen Effekt. Und, ja, jetzt noch ideal für den Herbst. Für diese Jahreszeit super geeignet. Aber dieses silbernen, wie gesagt, ideal jetzt dann zum Verschenken. Weil dann hat man schon mal das ideale Outfit für die Nägel zum Silvesterabend. So, wir fangen mal mit diesem hier an. Passend zur Jahreszeit. Thermopolish-Effekt Nagellack Lila Nummer 5. Und hier hinten steht eben nochmal drauf, dass er geeignet ist für Gel-Nägel. So, und ich trage den jetzt mal zusammen mit euch auf, damit ihr sehen könnt, wie das bei mir dann aussieht. So sieht er dann jetzt fertig aufgetragen aus. Ein ganz toller lila Ton. Und ich habe jetzt beim Zeigefinger und beim Ringfinger zwei Schichten aufgetragen. Und hier in der Mitte könnt ihr sehen, da ist nur eine Schicht. Da ist er nicht ganz so intensiv. Aber trotzdem, wie gesagt, ein ganz toller lila farbener Ton. Wenn ihr es dann edler haben möchtet, dann müsstet ihr zu diesem hier greifen. Und zwar ist es der Mirror Effect Nail Polish Lila in der 05 Purple Diva. Bei dem hier ist es jetzt so, dass ich ihn aufgetragen habe und er wirklich innerhalb von 30 Sekunden trocken war. Er hat einen Spiegeleffekt, was mich total begeistert. Ich habe nämlich in meine Nägel geschaut und sehe quasi den Umriss von mir. Und ihr könnt es, glaube ich, schon erkennen. Er wirkt sehr, sehr edel. Jetzt gerade für die Feiertage ideal geeignet, wenn ihr zum Beispiel ein schwarzes Kleid anhabt. Und dann diesen Nagellack, also der macht wirklich mords was her. Ich bin jetzt ganz glücklich, dass ich ihn habe und einfach diesen Effekt genießen kann, weil ich ihn ganz toll finde. So, und hier habe ich jetzt noch den Mirror Effect Nail Polish Lila 01 Metal Chrome. Und bei dem hier ist es so, das könnt ihr schon erkennen, der hat wirklich einen sehr metallischen Effekt. Also schon auch so wie der vorhergehende, aber dieses Silber, das ist halt der absolute Hammer. Aber wir kommen jetzt am besten mal zu meinem absoluten Liebling, meiner vier Nagellacke, die ich mir eben neu bestellt habe. Und hier also mein absolutes Highlight. Und zwar nennt sich der Hologramm-Effekt Nail Polish Lila 01 Mercury Twilight. Ich zeige euch den jetzt mal aufgetragen und ihr werdet auf jeden Fall staunen. So sieht er jetzt in einer Schicht aus, aber wartet mal ab, es kommen gleich zwei Schichten und oh mein Gott. Und zwar habe ich den jetzt eben in zwei Schichten aufgetragen und ihr könnt diesen holographischen Effekt hoffentlich gut erkennen. Ich finde, der ist absolut der Wahnsinn. Ich muss die ganze Zeit hinschauen und egal wie ich meine Hand drehe und wende, der changiert so total schön. Und das ist ein absoluter Hingucker, also ideal für Silvester, wie ich finde. Und deshalb werde ich ihn auf jeden Fall meiner Schwester nochmal nachkaufen, ihr zu Weihnachten schenken. Und dann soll sie sich den an Silvester auf die Nägel machen. Ja, meine Lieben, das war es soweit von meiner Nagellack- bzw. Nagelroutine. Wie das jetzt im Nagelstudio abläuft, das kann ich euch jetzt nicht abfilmen. Ja, aber ihr seht ja wirklich, dass ich gesunde Fingernägel jetzt wieder habe. Gott sei Dank. Ich liebe es, Nagellack aufzutragen. Ich bin ja so ein kleiner Nagellack-Junkie. Wer ja meine Videos schon länger schaut, der sieht es ja an meinen Hauls. Und ja, ich bin super zufrieden. Mal schauen, wie lange ich es jetzt noch mache. Aber ich verspreche euch eins, sobald dieses Gel wieder runtergemacht wird, zeige ich euch auf jeden Fall meinen Nagel. Und wir werden sehen, ob mein Nagel gesund ist oder nicht. Weil, ja, dann könnt ihr mal so den Unterschied sehen. Jetzt lasse ich es noch eine Weile so, weil ich so glücklich bin. Und ja, das war es soweit von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr habt es euch gewünscht. Ich kann euch nicht wirklich viel darüber sagen. Das ist das, was ich mache mit meinen Nägeln. Und ja, dem Wunsch bin ich nachgekommen heute. Ich habe euch das Video abgedreht. Ich hoffe trotzdem, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.